Was ist Kommunion-Meditation? Eine Kommunion-Meditation ist eine Botschaft, die einer Gemeinde des christlichen Glaubens gepredigt wird, bevor sie zur Kommunion kommt. In manchen Kirchen wird diese Botschaft vielleicht jeden Sonntag gepredigt, weil die Versammlung jede Woche Gemeinschaft hält. Andere Kirchengemeinden hören möglicherweise nur etwa einmal im Monat einen Abendmahlsgottesdienst, weil ihre Kirche nicht so häufig Abendmahl nimmt. In der Regel enthalten die Meditationsbotschaften der Kommunion die Geschichte des letzten Abendmahls, warum Christen die Kommunion nehmen und woran sie denken sollten, wenn sie daran teilnehmen. Die Nachricht ist in der Regel relativ kurz, aber oft sehr mächtig. Die Kommunion ist eine Darstellung des letzten Abendmahls, des letzten Mals Jesu mit seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung. Er nahm Brot und Wein und verglich sie mit seinem vergossenen Blut und seinem gebrochenen Körper. Jesus forderte seine Jünger auf, jedes Mal, wenn sie Brot und Wein aßen, an ihn, seine Lehren und sein Opfer zu denken. Diese zwei Nahrungsmittel waren in fast jeder Mahlzeit während der Zeit, in der Jesus lebte, enthalten. Die Geschichte besagt, dass er die Männer am Tisch angewiesen hat, sich immer an sein Opfer und an alles, was er ihnen beigebracht hat, zu erinnern. Wenn Gemeindemitglieder die Kommunion eingehen, erhalten sie normalerweise eine sehr kleine Tasse Wein und ein kleines Stück ungesäuertes Brot. Die Gemeindemitglieder konsumieren diese Dinge, während sie über das Opfer Jesu nachdenken, so wie er es vor langer Zeit seinen Jüngern befohlen hat. Die Kommunion-Meditation findet normalerweise statt, bevor die Versammelten tatsächlich die Kommunion nehmen. Diese Botschaft soll den Kirchenbesuchern helfen, ihren Geist zu beruhigen und sich auf das zu konzentrieren, was Gemeinschaft bedeutet. In dieser Zeit soll man auch gestehen. Katholiken können zu einem Priester gestehen, während Protestanten leiser bieten und direkt zu Gott bekennen. Die Meditationsbotschaft der Kommunion konzentriert sich normalerweise auf Jesus und sein Opfer. Priester und Pastoren sprechen möglicherweise über die letzten Tage Jesu auf Erden oder darüber, was während der Kreuzigung geschehen ist. Die meisten Meditationen enden damit, dass der Priester oder Pastor die Gemeindemitglieder daran erinnert, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist, weil sein Opfer die Sünden aller Menschen umfasste, die solche Vergebung annehmen und ein moralisches und göttliches Leben anstreben würden. Nachdem die Kommunion-Meditation beendet ist, ermutigen die meisten geistlichen Leiter ihre Gemeinde, über die Meditation nachzudenken, bevor sie zur Kommunion gehen. Die Idee ist, dass jeder, der dann Kommunion nimmt, versteht, was es bedeutet und es mit Demut und Dankbarkeit annehmen kann. Eine erfolgreiche Kommunions-Meditation hat im Allgemeinen eine einfache Botschaft, an die sich die Gemeindemitglieder leicht erinnern können.